Guten Tag und herzlich willkommen zum MMORTHOSOFT E-Learning Seminar Die beleglose Abrechnung nach § 302 SGBV In MMORTHOSOFT Qualifizierungskonzept ist die Abrechnung nach § 302 ein Erweiterungsmodul zum Seminar Belegwesen und sollte optimalerweise auch erst nach dem Einrichten des Vertragsassistenten durchgeführt werden Vor der Inbetriebnahme der Abrechnung muss auf alle Fälle das Seminar 302 Einrichten des DAKOTA-Schlüssel durchgeführt sein Die Seminarziele beinhalten, welche allgemeinen Voraussetzungen für die 302 Abrechnung erfüllt sein müssen Es werden die Systemeinstellungen in MMORTHOSOFT vorgenommen und erarbeitet, wie Stammdaten für die 302 Abrechnung korrekt eingepflegt werden Und natürlich letztendlich, wie man eine 302 Abrechnung erstellt und versendet Grundvoraussetzungen für die Teilnahme am Datenträgeraustausch sind als erstes einmal, dass ein Unternehmen eine eigene IK-Nummer beantragt hat und erhalten hat und natürlich, dass eine Steuernummer vorhanden ist Beides muss in MMORTHOSOFT hinterlegt werden und wird auch später übermittelt Dann sollte man sich bei den Krankenkassen zum Datenträgeraustausch angemeldet haben Wobei inzwischen immer mehr Kassen zu der Aussage tendieren, dass man mit der Zuteilung einer IK-Nummer eigentlich automatisch berechtigt ist, am Datenaustauschverfahren teilzunehmen Und man kann eigentlich direkt loslegen Manche Kassen verlangen aber dennoch, dass man sich über ein Anmeldeformular anmeldet Haben dies auch auf deren Internetseiten entsprechend veröffentlicht Und dort können auch Informationen abgerufen werden Wie die Kassen das Anmeldeverfahren anwenden, muss letztendlich im Einzelfall bei den Kassen nachgefragt werden Da sich ab und an die Vorgaben zum Datenträgeraustausch ändern Dann sollten Sie darauf achten, immer eine recht aktuelle MMORTHOSOFT-Version einzusetzen Eine weitere zwingende Voraussetzung ist, dass die Dakota Verschlüsselungssoftware komplett installiert Der Schlüssel selbst noch gültig, also nicht abgelaufen ist Dann sollte das MMORTHOSOFT-System korrekt eingestellt sein Und im Tagesbetrieb sollte schon beim Erfassen von Daten auf korrekte Eingabe geachtet werden Folgende Daten werden letztendlich bei der beleglosen Abrechnung übermittelt und müssen vorhanden sein Wie schon erwähnt, das Institutionskennzeichen und Steuernummer des Leistungserbringers Der Leistungserbringer-Gruppenschlüssel muss in den Verträgen hinterlegt sein Die Nutzer-, Physikalische und Kostenträger-IK der Krankenkassen muss hinterlegt werden Die Betriebsstättennummer und lebenslange Arztnummer von den Ärzten Die kompletten Patientendaten von Adresse über Geburtsdatum bis Versichertennummer Die Art der Leistungserbringung in Form der Hilfsmittelnummer und dem Hilfsmittelkennzeichen Genehmigungsnummer und Genehmigungsdatum Verordnungs- und Leistungserbringungsdatum Und bei Bedarf der Eigenanteil, Versorgungszeitraum, Registernummer und Diagnoseschlüssel Die Hauptursache von Rückläufern oder Zahlungsablehnungen sind laut unserer Statistik meist fehlende oder falsch eingegebene Stammdaten Also ganz banale Sachen wie eine falsche IK-Nummer bei der Krankenkasse Ein falscher Leistungserbringer-Gruppenschlüssel Oder einfach ein fehlendes Geburtsdatum Achten Sie daher schon bei der täglichen Datenerfassung auf eine saubere Dateneingabe Auch für die 302-Abrechnung haben wir alle über das Seminar hinausgehende zusätzliche Fragen und Antworten in die F&A-Datenbank reingepackt Nutzen Sie dieses Tool, um sich noch besser zu informieren Bevor man mit der Abrechnung nach §302 richtig loslegt, muss MMORTHOSOFT für die beleglose Abrechnung eingerichtet werden Grundvoraussetzung ist, wie schon erwähnt, dass die Dakota-Verschlüsselungssoftware installiert und ein gültiger Schlüssel hinterlegt ist Prüfen Sie dies am entsprechenden PC unter Extras, Systemeinstellungen, §302, Dakota Hier sollte als Installationsstatus Schlüssel erfolgreich erstellt und die IK-Nummer des Schlüssels angezeigt werden Danach müssen die Basisdaten wie Leistungserbringer-IK und ihre Steuernummer hinterlegt werden Dies geschieht unter Extras in den Filialeinstellungen, in der entsprechenden Filiale, in den entsprechenden Feldern der IK-Nummer und der Steuernummer Haben Sie mehrere unterschiedliche IK-Nummern, legen Sie dafür mehrere Filialen an und hinterlegen dort jeweils die IK-Nummern und Steuernummern Auch wenn die Steuernummer bei allen Filialen gleich sein sollte, müssen diese pro Filiale hinterlegt werden Nun überprüfen wir noch die §302 spezifischen Einstellungen unter Extras, Systemeinstellungen, §302, Diverses Die hier angezeigten Einstellungen sind die empfohlenen Standardwerte Zum Beispiel bei Leistungserbringer kommt für die §302-Abrechnung immer Typ A Hilfsmittel Bei dem Feld Testindikator empfehlen wir die Vorgabe Echtdatei einzustellen Dies wird dann vor dem Versenden der Daten dann vorgeschlagen, kann aber dort an dieser Stelle noch geändert werden Wenn man es genau nimmt und mit der beleglosen Abrechnung anfängt, muss man laut §302-Vorgaben dreimal Dateien mit dem Indikator Testdatei versenden plus die ausgedruckte Rechnung in Papierform plus die gedruckten Rezepte nachsenden Wenn nach drei Testversendungen keine negative Rückmeldungen kamen, kann man die Daten dann immer mit dem Indikator Echtdatei versenden Plus die jeweilig vom Kostenträger geforderten Unterlagen, also mindestens die bedruckten Rezepte Manche Kassen wollen trotzdem weiterhin die Rechnungen in Papierform mitgeschickt haben Klären Sie auch dies wieder individuell mit jeder Kasse ab Der Indikator Erprobungsdatei ist nur dann notwendig, wenn man zwar schon im Echtverfahren ist, aber zwischendurch Daten zu Testzwecken an die Rechenzentren senden möchte Dieser Status wird eigentlich äußerst selten und nur nach Anweisung verwendet Auch hier ist es inzwischen so, dass manche Kassen bzw. deren Rechenzentren direkt die Echtdaten annehmen und man gleich mit dem Echtverfahren loslegen kann Das heißt, auch hier sollte die Vorgehensweise pro Kasse bzw. Rechenzentrum abgeklärt werden bzw. man probiert es einfach aus Alle weiteren Einstellungen empfehlen wir so vorzunehmen wie hier vorgegeben Also Pflichtfelder und Kundengruppen bei Kassen prüfen Die Vorgaben für die Berechnung bei 302 Belegen verwenden Leere Felder Verordnungsdatum mit Datum der Leistungserbringung füllen Die 302 Abrechnungsnummer ist für die Abrechnung von Heilmitteln interessant und wird standardmäßig nicht angehakt und somit nicht bevorzugt Und noch die Einstellung, dass bei freien Positionen die Hilfsmittelkennzeichen mit 0 Neulieferung vorbelegt werden und die Zuzahlung mit der Standardvorgabe Standardhilfsmittelzuzahlung zwischen 5 und 10 Euro Die spezifischen Einstellungen für die § 300 Abrechnung wird im Seminar Abrechnung nach § 300 besprochen Für die beleglose Abrechnung nach § 302 SGBV ist es zwingend notwendig, alle Institutionskennzeichen, kurz IK-Nummern der Krankenkassen zu übermitteln Im Ordner der Krankenkassen unter Adressen Krankenkassen gibt es zusätzlich zu der eigentlichen IK-Nummer der Krankenkassenadresse weitere IK-Nummernfelder für die elektronische Abrechnung wie IK-Nummer des Kostenträgers, Nutzer, Physikalisch und Papierabrechnungsstelle Diese IK-Nummernfelder müssen gefüllt sein, damit sie übertragen werden können Das hört sich am Anfang zunächst etwas kompliziert an, ist aber bei näherer Betrachtung eigentlich ganz einfach Voraussetzung, dass die IK-Nummern korrekt übermittelt werden, ist natürlich, dass Sie Ihre Krankenkassenadressen und die zugehörigen IK-Nummern auf einem aktuellen Stand haben MM-Ordersoft übermittelt Ihnen mit jedem Programmupdate aus der Mailbox automatisch die neueste Kostenträgerdatei im Hintergrund Abgleichen mit Ihren Adressen müssen Sie sie allerdings manuell, da manche Kunden Ihre Krankenkassenadressen lieber selbst pflegen möchten Zum Abgleichen der Kostenträgeradressen gehen Sie auf Extras, Wartung, Adressen, Krankenkassen, Kostenträgerabgleich Die Funktion Liste erzeugt eine Adressliste der Krankenkassenadressen Mit Abgleich Staaten werden die Daten eingelesen Wobei nur Adressänderungen angeglichen werden Eigene Einträge wie Ansprechpartner, Telefonnummer oder Memos werden davon nicht berührt Zum Ermitteln der richtigen IK-Nummer gehen Sie am einfachsten nach folgender Checkliste vor Gehen Sie immer stur von der IK-Nummer des Rezeptes oder der auf der versicherten Karte des Patienten aus Hier muss man noch beachten, dass auf manchen Rezepten oder versicherten Karten die IK-Nummer der Kasse nur siebenstellig aufgeführt wird Für die elektronische Abrechnung muss sie aber neunstellig sein Wenn dies der Fall ist, setzen Sie einfach eine 10 vor die Nummer bei der gesetzlichen Kasse Bei Pflegekassen eine 18 und schon haben Sie die korrekte IK-Nummer Suchen Sie diese IK-Nummer im Ordner Krankenkassen heraus Notieren Sie sich die grün angezeigten IK-Nummern Vorschläge für Kostenträger, Nutzer und Physikalisch Die Vorschläge werden aus den Eintragungen, die auf Reiter 4 hinterlegt sind, ermittelt Wird bei IK-Papierrechnung kein Vorschlag gemacht, tragen Sie die IK-Nummern über Ändern in die dafür vorgesehenen Felder ein, sodass beide Daten übereinstimmen In diesem Fall bedeutet das, diese Adresse ist gleichzeitig die Rechnungsadresse Ist wie im nächsten Fall bei Rechnung Papier eine abweichende IK-Nummer hinterlegt Bedeutet dies, dass die Papierannahmestelle bzw. die Rechnungsadresse von der Rezeptadresse abweicht Dann müssen wir hier zunächst über Ändern auf Reiter 3 die Rechnungsadresse anhand der vorgegebenen IK-Nummer heraussuchen und dort einsetzen Nach dem Abspeichern folgen wir einfach dem Link und tragen dann bei der Zieladresse über Ändern Die zuvor notierten IK-Nummern für Kostenträger, Nutzer und physikalisch ein Beachten Sie, dass wenn es sich um ein Rechenzentrum handelt, hier keine Vorschläge mehr gemacht werden Eigentlich ganz einfach Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an Sie haben ein Rezept, der Patient ist bei der Barmer versichert Auf dem Rezept steht die siebenstellige IK-Nummer 494-0005 Wir notieren uns die 10 494-0005 Öffnen den Krankenkassenordner Und suchen diese IK-Nummer heraus In dem Fall ist es die Barmer in Wuppertal Auch hier werden auf Reiter 4 alle Möglichkeiten der IK-Nummern aufgelistet Deshalb ist es auf alle Fälle sinnvoll, sich an die grünen Vorschläge zu halten Das heißt, wir notieren uns die Kostenträger-IK, die Nutzer-IK, die physikalische IK-Nummer und die Rechnungspapier-IK-Nummer Da die Rechnungs-IK abweicht, müssen wir auch in diesem Falle zunächst die Rechnungsadresse eintragen Über Entern, Reiter 3 und suchen uns die entsprechende Rechnungsadresse über die IK-Nummer heraus Da wie in diesem Fall die DDG für mehrere Kassen abrechnet, kann es sein, dass eine Rechnungsadresse wie die DDG auch mehrmals angelegt werden muss mit der gleichen IK-Nummer In diesem Fall nehmen wir die DDG für die Barmer und übernehmen diese als Rechnungsadresse in die Karteikart Danach folgen wir dem Link zur Rechnungsadresse und tragen über Ändern die zuvor notierten IK-Nummern für Kostenträger, Nutzer und physikalisch bei dieser Rechnungsadresse ein Des Weiteren haben wir in der Programmhilfe F1 bzw. über das Fragezeichen unter Daten unter IK-Zuordnung für Abrechnung 302 eine Liste aller wichtigen Kassen und deren für die 302-Abrechnung relevanten IK-Nummern zum Nachschlagen hinterlegt Für die Abrechnung nach § 302 müssen jeweils zwei neunstellige Nummern zur Kennzeichnung des verordnenden Arztes übermittelt werden Die Betriebsstättennummer BSNR und die lebenslange Arztnummer LANR Dafür gibt es in dem Ordner Adressen Ärzte die entsprechenden Felder Die lebenslange Arztnummer und Betriebsstättennummer haben für die 302-Abrechnung eine ganz hohe Priorität und werden daher beim Neuanlegen eines Arztes an erster Stelle abgefragt Auf den Rezepten finden Sie die Betriebsstättennummern und die lebenslange Arztnummer unterhalb des Patientenblocks und meist unten rechts auch auf dem Arztstempel Übernehmen Sie die Arztdaten aus dem Rezept komplett in MMORTHOSOFT Sollten die § 302 relevanten Felder, also entweder die Betriebsstättennummer oder die lebenslange Arztnummer zumindest formal nicht korrekt gefüllt sein, wird beim Speichern direkt darauf hingewiesen und man kann den Fehler sofort korrigieren Dass jeder Arzt eine eigene, eindeutige, lebenslange Arztnummer erhält hat zur Folge, dass Gemeinschaftspraxen nicht mehr wie früher in einer Adresse mit mehreren Ärzten zusammengefasst werden sondern in der Regel als Einzeladressen mit den jeweiligen lebenslangen Arztnummern getrennt erfasst werden müssen Ausnahme von der Regel sind Krankenhausrezepte und die damit verbundenen Ärzte Ärzte, die im Krankenhaus beschäftigt sind, haben meist keine eigene lebenslange Arztnummer Daher wird die LANR auch nicht auf den Krankenhausrezepten vermerkt Für Krankenhäuser muss daher nur eine Adresse und nicht jeder Arzt einzeln angelegt werden und es gilt die Ausnahme, dass man das Feld lebenslange Arztnummer leer lassen kann Im Gegensatz zur Betriebsstättennummer des Krankenhauses diese muss auch wenn sie auf dem Krankenhausrezept nicht aufgeführt ist in Erfahrung gebracht und auf alle Fälle bei der Adresse hinterlegt werden Für die Abrechnung nach § 302 müssen die kompletten und vor allem korrekten Patientendaten übermittelt werden Achten Sie daher schon beim Erfassen der Patientendaten im Ordner Adressen Patienten direkt bei der Eingabe auf Vollständigkeit und saubere Dateneingabe da das Nacharbeiten immer ein höherer Aufwand bedeutet Nehmen Sie beim Erfassen der Patientendaten immer das Rezept zur Hand und tragen die Daten beim Neuanlegen 1 zu 1 in die entsprechenden Felder ein Die eindeutige Kennzeichnung eines Patienten erfolgt über die Versicherungsnummer Daher ist dieses Feld das mit der höchsten Priorität und steht ganz oben Danach muss die komplette Patientenadresse mit Straße, Wohnort, das Geburtsdatum und der Patientenstatus erfasst werden wobei für die 302 Abrechnung nur 1 für Mitglied, 3 für Familienangehörige und 5 für Rentner infrage kommt Der Patientenstatus wird auf dem Rezept meist vereinfacht mit nur zwei Zahlen aufgedruckt Muss aber real wie oben vorgeschlagen als 10001 übermittelt werden Daher an dieser Stelle die Vorgaben übernehmen In Ausnahmefällen können für den Risikostrukturausgleich die Zwischenstellen mit einer Buchstaben-Zahlenkombination gefüllt sein In diesem Fall den Status exakt genau so übernehmen Danach anhand der IK-Nummer auf dem Rezept die zugehörige Kasse heraussuchen Und wenn auf dem Rezept vermerkt, die Zuzahlung bzw. eine Befreiung von der Zuzahlung hinterlegen Die Zuzahlungspflicht ist grundsätzlich als Vorschlag angehakt Kann aber für Kasse und Pflegekasse getrennt deaktiviert werden Und läuft dann immer bis Ende des aktuellen Jahres Nun brauchen wir noch den verordnenden Arzt aus dem Rezept Auch in diesem Fall können wir über die lebenslange Arztnummer den entsprechenden Arzt heraussuchen und diesen übernehmen Somit haben wir alle Grunddaten der Adressen für die § 302-Abrechnung vollständig zusammen Also die kompletten Patientendaten und über die Zuordnungen Die Krankenkasse des Rezeptes mit der jeweiligen IK-Nummer Und die zugehörige Rechnungsadresse mit allen zur Abrechnung notwendigen IK-Nummern Und natürlich den Arzt mit seinen lebenslangen Arztnummern und Betriebsstättennummern Für die Abrechnung nach § 302 muss der Leistungserbringer Gruppenschlüssel zwingend übertragen werden In Ergänzung zur Hilfsmittelnummer, wo die Art der Leistungserbringung definiert wird Beinhaltet der siebenstellige LGS die genaue Kennzeichnung der Vertragsart, also wer rechnet ab Den Tarifbereich, also ob Bundes- oder Landesverträge Und eine eindeutige Vertragsnummer Das heißt, bei den sonstigen Leistungserbringern fangen die Leistungserbringer Gruppenschlüssel immer mit 15 an Wenn man ein Sanitätshaus oder ein Orthopädie-Technikbetrieb ist Mit 16, wenn man ein Orthopädie-Schuh-Technikbetrieb ist Und mit 19, wenn man zum Beispiel ein Sanitätshaus der Klasse 2 ist Die restlichen Abrechnungscodes werden für die sonstigen Leistungserbringer derzeit nicht verwendet An der dritten und vierten Stelle des LGS steht dann die 00, wenn es sich um einen bundesweit gültigen Vertrag handelt Oder eben die jeweilige Landeskennung bei einem Landesvertrag Die letzten drei Stellen sind dann die Vertragsnummern, die in der Regel von der Kasse festgelegt werden Wobei hier die 099 für Leistung ohne Vertragspreis auch benutzt werden kann, wenn man mal keinen LGS vorliegen hat Bei manchen Vertragsnummern werden auch Buchstaben vergeben Wie schon gesagt, wenn man keinen Leistungserbringer Gruppenschlüssel vorliegen hat, aber trotzdem abrechnen muss Kann man sich aus den obigen Angaben nun auch einen sogenannten Pseudo-Leistungserbringer Gruppenschlüssel zusammenbauen Sie haben zum Beispiel keinen Leistungserbringer Gruppenschlüssel parat Sind in der Autopädie-Technik, das heißt Ihre IK-Nummer fängt meist mit 330 an Mit Firmensitz in Baden-Württemberg, das heißt wir nehmen die 15 01 für Baden-Württemberg und 099 für Leistung ohne Vertragspreis Oder Sie haben keinen LGS parat Sind in der Autopädie-Schuhtechnik tätig, also Ihre IK-Nummer fängt meist mit 340 an Mit Firmensitz in Hamburg nehmen wir die 16 für Autopädie-Schuhtechnik 05 für Tarifbereich Hamburg und 099 wieder für Leistung ohne Vertragspreis Oder wenn Sie für die DRK keinen LGS zur Verfügung haben, können Sie immer die 19-90-099 einsetzen Grundsätzlich sollten Sie natürlich Ihren LGS zuerst bei der Kasse erfragen, bevor Sie einen Pseudo-LGS sich selber anlegen In MMORDSoft werden die Leistungserbringer-Gruppenschlüssel in der Regel in den Verträgen hinterlegt unter Artikel-Verträge Diese werden beim Herunterladen von der Mailbox schon mitgegeben und sind hier direkt eingetragen Sollte es vorkommen, dass ein Vertrag kein LGS hat, können Sie diesen jederzeit selbst nachtragen über Ändern und in dem Feld LGS den entsprechenden Gruppenschlüssel eintragen Doch Vorsicht, bei manchen Verträgen ist direkt kein LGS im Vertrag hinterlegt, sondern in den Positionen Da es vorkommen kann, dass manche Verträge innerhalb der Position unterschiedliche LGS haben Dann werden die Leistungserbringer-Gruppenschlüssel jeweils in den einzelnen Positionen hinterlegt Auch hier theoretisch über Ändern pro Position änderbar bzw. eintragbar Nun kann es noch vorkommen, dass ein Leistungserbringer-Gruppenschlüssel vertragsübergreifend, also für mehrere Verträge einer bestimmten Kasse, aber nur für eine bestimmte Produktgruppe benutzt wird Diese Fälle werden verwaltet über diverses Stammdaten-Leistungserbringer-Gruppenschlüssel Wie gewohnt wird dieser Ordner über Neuanlegen, Ändern, Löschen usw. verwaltet Wenn man einen Eintrag anlegt, kann man die Kasse über die Kundengruppe heraussuchen Danach die Produktgruppe aus dem Hilfsmittelverzeichnis Hinterlegt den entsprechenden Leistungserbringer-Gruppenschlüssel und eine Beschreibung dafür Das heißt für diesen Fall legt man einen Beleg an, egal ob KV, Lieferschein oder Rechnung Der an die BARMA adressiert ist und fügt als Position einen Artikel ein, der mit der Hilfsmittel Nummer 17 beginnt Wird automatisch der LGS 1596 013 eingesetzt Oder im nächsten Beispiel wird bei allen Belegen an die DRK, bei allen Produktgruppen Der allgemeingültige LGS 1990 099 eingesetzt Da MM Ordersoft zuerst alle Verträge nach einem LGS durchsucht Und nur wenn dort nichts gefunden wird, die Einträge in diesem Ordner heranzieht Kann man so praktisch die Lücken der LGS in den Verträgen füllen Heißt auf Deutsch, wenn du für die BARMA keinen LGS im Vertrag findest Nimm diesen allgemeingültigen LGS Die Hilfsmittelnummer in Kombination mit dem Hilfsmittelkennzeichen Weist auf die genaue Art der Leistungserbringung eines Patienten hin Deshalb muss die Hilfsmittelnummer zwingend für die 302-Abrechnung mitgeliefert werden Die Hilfsmittelnummer oder auch HIMI- oder HMV-Nummer Setzt sich aus einer 10-stelligen Nummer zusammen Wobei die erste und zweite Stelle die Produktgruppe, zum Beispiel 05 für Bandagen Die dritte und vierte Stelle der Anwendungsort, zum Beispiel 04 für Knie Fünfte, sechste, siebte Stelle ist die Produktart, wie in diesem Fall Weichteilkompression 010 Und die letzten Stellen bezeichnen den Hersteller-Code, was dann den eigentlichen Artikel ausmacht Zum Beispiel die Genutrien-Bandage von Bauerfeind Das Hilfsmittelkennzeichen oder auch HKZ setzt sich aus einer zweistelligen Nummer zusammen Und ist eine Ergänzung zur Hilfsmittelnummer Wobei es hier von 00, also als Neulieferung Oder 01 Reparatur 02 Wiedereinsatz Oder Nachlieferung bis hin zu Rückholungen, Erprobungen geht Bis zur Nummer 20 Die Kombination aus Hilfsmittelnummer, Hilfsmittelkennzeichen Plus dem zuvor besprochenen Leistungserbringer Gruppenschlüssel Ergibt nun einen numerischen Code Welcher auf die genaue Versorgung, den eindeutigen Vertrag Und den darin festgelegten Preis hinweist Dieser Code ist natürlich für ein maschinelles Abrechnungsverfahren unerlässlich Und nun erkennt man auch, warum diese Nummern so wichtig sind Die Hilfsmittelnummer kann in MMORTHOSOFT in allen Artikelstämmen hinterlegt werden Haben Sie den Hilfsmittelkatalog abonniert Kann man unmittelbar darauf zugreifen und über die Baumstruktur Also zum Beispiel über die Eingabe der 05, 04, 01, 0, 0, 06 Auf ein Hilfsmittel zugreifen Oder natürlich über die Suchfunktion, zum Beispiel über die Kombisuche Direkt nach Begriffen Im Modul Hilfsmittelkatalog wird dann auch aufgezeigt Welche Verträge mit welchen Preisen in Ihrem System hinterlegt sind Im Materialstamm unter Artikel Material Kann man auf die Hilfsmittelnummer zugreifen Sofern Sie diese im Feld Hilfsmittelnummer eingetragen haben Beim Selbstanlegen von Artikeln Oder der eingelesene Lieferant die Hilfsmittelnummer mitliefert Dann kann man auch hier übersuchen Die entsprechende Hilfsmittelnummer heraussuchen Und sich die Karteikarte des entsprechenden Hilfsmittels anzeigen lassen In den Kassenlistenverträgen, also unter Artikel Verträge Sollten inzwischen eigentlich alle Verträge und deren Positionen Mit kompletter Hilfsmittelnummer und Hilfsmittelkennzeichen hinterlegt sein Laut technischer Anlage zur Abrechnung nach § 302 SGBV Müssen die Hilfsmittelnummern vollständig, also zehnstellig, übermittelt werden Für den Anwender bedeutet dies, dass er bei jeder Belegposition darauf achten muss Dass die Hilfsmittelnummer vollständig eingetragen ist Da manche Verträge, so wie in diesem Beispiel Die Hilfsmittelnummer aber nur siebenstellig liefern Füllt MMORTHOSOFT in diesem Fall Beim Versenden der 302 Abrechnung die letzten Stellen automatisch mit 000 auf Will man Rezepte und Kostenvoranschläge beleglos nach dem § 302 Verfahren abrechnen Sollte man schon beim Erfassen der Belege auf Vollständigkeit der Daten achten Zwar kann sie MMORTHOSOFT beim Erfassen der Daten unterstützen Zum Beispiel beim Erfassen eines Rezeptes mit einem bestimmten Patienten Bei dem die Daten nicht korrekt sind Weist MMORTHOSOFT auf gravierende Mängel direkt hin Doch sollten die Daten so vorbereitet sein, dass diese Meldungen die absoluten Ausnahmen sind Auch sollten diese Probleme unmittelbar, nachdem sie festgestellt wurden, sofort beseitigt werden Um den Fluss bei der Erfassung der Daten nicht jedes Mal zu stören Gehen wir anhand einiger Beispiele die 302-konforme Belegerfassung durch Beim Erfassen eines Standardrezeptes muss auf folgende Eingaben geachtet werden Oben sollte die Leistungserbringerkennung Typ A automatisch vorgeschlagen sein Und darf auch für die 302-Abrechnung nicht geändert werden Es muss die entsprechende Filiale und damit die hinterlegte IK und Steuernummer ausgewählt werden Wählt man einen Patienten aus Beziehungsweise legt man ihn an dieser Stelle neu an Müssen die Adressdaten wie in den Kapiteln zuvor besprochen Vollständig und 302-konform sein Als nächstes muss das Verordnungsdatum erfasst werden Es muss zwingend mit dem Verordnungsdatum auf dem Rezept übereinstimmen Vor der Abrechnung muss auch das Leistungserbringerdatum, also das Lieferdatum, zwingend eingegeben werden Da Rezepte recht zeitnah abgegeben und geliefert werden, empfehlen wir hier die Einstellung In den Systemeinstellungen unter Benutzerrezepterfassung Tagesdatum als Lieferdatum vorschlagen vorzunehmen Alternativ kann später beim Drucken des Rezeptes Beziehungsweise beim Drucken der Zuzahlungsquittung Beziehungsweise beim Drucken eines Lieferscheins Das Datum der Leistungserbringung automatisch gefüllt werden Des Weiteren kann beim Erfassen von Rezepten der ICD-10 bzw. Diagnoseschlüssel eingegeben werden Ist also auf einem Rezept ein solcher Schlüssel vermerkt Sollte dieser über Ändern, Vorgang, Reiter, Diagnose, über Neuanlegen, Ändern, Löschen eingetragen werden Es können ein oder mehrere Schlüssel über die Suche bzw. über den Code direkt abgerufen werden Nun werden noch die Positionen zu dem Rezept erfasst Egal ob Positionen aus dem Materialstamm, aus der Kassenliste oder aus anderen Stämmen übernommen werden Es muss auf alle Fälle eine Hilfsmittelnummer, mindestens siebenstellig, wenn möglich zehnstellig Ein Text, eine Anzahl, eine Mehrwertsteuer, ein Einzelpreis Somit auch der Gesamt-, Brutto- und Nettopreis Die Zuzahlung, die Hilfsmittelkennzeichnung und der Leistungserbringer Gruppenschlüssel in der Position hinterlegt werden Wenn beim Erfassen der Positionsdaten sogenannte Muss-Felder für die 302-Abrechnung vergessen Kann man das schon an dem roten 302-Symbol unten rechts erkennen, dass irgendetwas nicht stimmt Spätestens bei der Übernahme der Daten mit OK wird man auch an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht Welche Daten genau fehlen Sollten Sie die Daten trotzdem übernehmen, so erkennt man die nicht 302-konformen Positionen an einem roten Ausrufezeichen vor jeder einzelnen Position Also insgesamt drei Sicherheitsmerkmale bei der Eingabe Werden die Daten nachträglich korrigiert, springt das Symbol automatisch auf grün Es kommt keine Fehlermeldung beim Speichern und die Position hat auch kein Ausrufezeichen Das heißt, sie ist 302-konform Somit ist ein genehmigungsfreies Standardrezept 302-konform erfasst Könnte nun noch über die Druckfunktion bedruckt werden und über die Scan-Funktion in die Anlagen eingescannt werden Mit der Kennzeichnung bereit für Rechnung ist es fertig für die nächste Abrechnung Bei Rezepten mit mehreren Positionen, wie zum Beispiel in diesem Fall ein Kommissionsstrumpf plus Haftrand gelten absolut die gleichen Voraussetzungen Also pro Position muss die Hilfsmittelnummer, das Hilfsmittelkennzeichen, der Preis, Mehrwertsteuer und LGS eingetragen werden Nur dass bei der Zuzahlung darauf geachtet werden muss, dass die Positionen durch Markieren mit der Leertaste und über die Funktion Option Zuzahlungsgruppe in einer Zuzahlung als Gruppe zusammengefasst werden Beim Anlegen von Kostenvoranschlägen, also genehmigungspflichtigen Rezepten sind für die 302-Abrechnung grundsätzlich auf die gleichen Datenvoraussetzungen zu achten Also auch hier muss die Leistungserbringerkennung Typ A vorbelegt sein Die richtige Filiale eingetragen und somit IK und Steuernummer hinterlegt Patient-, Krankenkasse- und Arztdaten müssen vollständig und 302-konform wie zuvor besprochen eingetragen sein Und das Verordnungsdatum aus dem Rezept muss hinterlegt werden Da das Leistungserbringerdatum eines KV an dieser Stelle meist noch nicht bekannt ist wird es beim Erstellen des zugehörigen Lieferscheins automatisch eingetragen oder muss später vor der Abrechnung manuell nachgetragen werden Ebenso die Genehmigungsnummer und das Genehmigungsdatum Diese Felder werden entweder über das EKV-Verfahren automatisch eingetragen oder müssen zwingend manuell nachgetragen werden Über die Funktion Option Status ändern sind alle Genehmigungsdaten manuell erfassbar plus das Genehmigungsdatum und die Genehmigungsnummer Eine Genehmigungsnummer muss eingetragen werden Sollten Sie keine haben, tragen Sie auch hier einfach das Datum ein Die einzelnen Positionen des Kostenvoranschlags müssen auch jeweils wieder pro Einzelposition Anzahl, Text, Heminummer, Hilfsmittelkennzeichen, Leistungserbringergruppenschlüssel, Mehrwertsteuer und Preis hinterlegt haben Die Zuzahlung mehrerer Positionen muss wieder über die Funktion Option Zuzahlungsgruppe zusammengefasst werden Bei Schuhzurichtungen wie in diesem Fall oder auch bei anderen Hilfsmitteln des täglichen Bedarfs wird neben der gesetzlichen Zuzahlung noch ein pauschaler Eigenanteil fällig der ebenfalls an dieser Stelle hinterlegt werden muss Auch in den KV-Positionen wird auf fehlende 302 Daten mit einem Ausrufezeichen vor den Positionen hingewiesen Diese sollten umgehend korrigiert werden, sodass auch dieser KV beleglos abgerechnet werden kann Sind alle Daten korrekt, also keine Ausrufezeichen mehr zu sehen, können auch theoretisch Rezepte des KVs bedruckt werden Auf alle Fälle sollten zur eigenen Dokumentation die Rezepte zu diesem KV über die Schnellscan-Funktion in die Anlagen eingescannt werden Ist ein Kostenvorenschlag zum Abrechnen bereit, kann dieser Status über Option Bereit für Rechnung automatisch gesetzt werden und somit würde dieser KV bei der nächsten Abrechnung automatisch übertragen Kostenvorenschläge, die sich auf Reha-Hilfsmittel beziehen also auf Wiedereinsatzpauschalen oder Fallpauschalen haben natürlich die gleichen Vorgaben für die 302 Abrechnung wie alle anderen Belege Auch hier müssen die Daten vollständig und 302 konform erfasst werden Zusätzlich müssen aber in den Positionen neben den Standarddaten wie Hilfsmittelnummer, Hilfsmittelkennzeichen, Leistungserbringer, Gruppenschlüssel usw. noch Angaben zu dem Reha-Mittel selbst gemacht werden Die Felder dazu findet man neben der Zuzahlung unter Weiteres und Merkmale Für die 302 Abrechnung können hier die Felder Produktbesonderheiten, Versorgungszeitraum, in Datum und Monate und das Erstauslieferungsdatum notwendig werden Diese Felder sind sogenannte Kann-Felder, eben nur für die Abrechnung im Reha-Hilfsmittelbereich Dadurch sollte zum Beispiel das Feld Produktbesonderheiten wirklich nur eingetragen werden, wenn auch der korrekte Code von der Kasse vorliegt Ein falscher oder Pseudocode führt hier nämlich sofort zur Abweisung Das Feld Leistungserbringung in den Positionen wird nur verwendet, wenn in einem Vorgang mehrere Positionen zu verschiedenen Zeitpunkten geliefert werden sollten Was eher die Ausnahme ist Auf dem Reiter Merkmale werden die Registernummer, Wiedereinsatznummer und Baujahr hinterlegt Die Merkmale selbst zu dem Reha-Mittel sind derzeit nur für den EKV, aber noch nicht für die 302 Abrechnung notwendig Sollten Sie das zugehörige Reha-Mittel über den KV-Ordner verwalten, also zu der Pauschale gleich ins Reha-Mittellager rüberspringen, das entsprechende Reha-Mittel raussuchen und übernehmen werden die entsprechenden Daten natürlich automatisch übernommen und müssen nicht manuell gefüllt werden Gleichzeitig werden natürlich auch die Daten des Reha-Mittels selbst in den Kostenvoranschlag mit übertragen Wobei das Reha-Mittel im Kostenvoranschlag hier nur rein informativ aufgeführt wird Mitgeschickt bei der 302 Abrechnungen werden nur Artikel, Positionen mit Hilfsmittelnummern, Preis und so weiter Wenn man nach § 302 mit den Kassen direkt abrechnet, ist die offizielle Vorgabe der Kassen, dass man einmal pro Monat eine sogenannte Sammelabrechnung einreichen darf Nach Absprache mit der jeweiligen Kasse darf auch in kürzeren Zeitabständen, z.B. 14-tägig oder wöchentlich abgerechnet werden Egal in welchen Zeiträumen Sie abrechnen, sind alle Rezepte ordnungsgemäß erfasst, ist die eigentliche Abrechnung im Prinzip nur ein Knopfdruck Rufen Sie am Tag der Abrechnung den Rezeptordner auf Anhand der Ampelpunkte links kann man schon überschlagen, bis wohin die Rezepte in die Abrechnung rüber gehen Alles was bunt ist und welche schon abgerechnet wurden, alles was grau ist Die Abrechnung selbst wird erstellt mit der Funktion Übertrag Rechnung In diesem Fenster finden Sie alle Abrechnungsvarianten auf einmal vereint Sie können einstellen, ob nur das aktuelle Rezept in eine Rechnung übertragen werden soll Plus die zugehörige Eigenanteilsrechnung und das auf einen Schlag Dies wird gerne im Zusammenhang mit nachträglich zu übertragenen oder vergessenen Rezepten benutzt Gerade im Zusammenhang mit der Funktion Offene, ungedruckte Rechnungen verwenden können so nachträglich noch einzelne Rezepte in schon erstellte Abrechnungen angehängt werden Auch kann man so zu dem aktuellen Rezept auch nur die Eigenanteilsrechnung erstellen und eventuell sofort ausdrucken, um sie dem Patienten mitzugeben In der Regel werden aber sogenannte Sammelabrechnungen über einen bestimmten Abrechnungszeitraum erstellt mit der Funktion Angelegt bzw. nach Gelieferdatum und dem entsprechenden Zeitraum Also wöchentlich, 14-tägig oder meist monatsweise Nur Filiale gibt Ihnen die Möglichkeit, eine bestimmte Filiale manuell auszuwählen und nur die in eine Rechnung zu übertragen Sie können aber auch MMORTHOSOFT beauftragen, alle Rechnungen nach Filialen getrennt zu übertragen Die Einstellung Nur Abrechnungsadresse ist interessant, gerade am Anfang, wenn Sie mit der 302-Abrechnung anfangen So können Sie sich zunächst umsatzmäßig eine kleinere Kasse, z.B. die Techniker, heraussuchen und nur diese Rezepte in eine Sammelabrechnung übertragen und danach elektronisch versenden Der Rest geht zunächst noch einmal an ein Rechenzentrum Wenn das gut klappt, nimmt man sich das nächste Mal eine weitere Kasse dazu und so weiter, bis man zum Schluss alle Kassen auf einmal, sprich hier leer lassen, überträgt und dann macht ORTHOSOFT von allen Kassen der zu übertragenen Rezepte jeweils eine Rechnung und hängt die Rezepte automatisch hinten an Sind zu all diesen Vorgängen noch Eigenanteile offen, werden auch die entsprechenden Rechnungen dazu erzeugt d.h. MMORTHOSOFT kann mit dieser Einstellung schon mal ein paar Minuten beschäftigt sein Nun kann man mit dieser Einstellung noch pro Rezept eine eigene Rechnung erstellen Rezepte ohne Betrag auch übertragen oder die Rechnung sofort drucken d.h. alle Rechnungen würden gleich ausgedruckt Hier muss man bedenken, dass nur ungedruckte Rechnungen mit eventuellen Nachzüglerrezepten oder noch nicht abgerechneten Kostenvorenschlägen aufgefüllt werden können Wenn man sich unsicher, ob der richtigen Einstellung ist, sollte man vor dem eigentlichen Übertrag zunächst die Kontrollliste anschauen Hier vor allem die 302 Prüfung einschalten Es werden alle zu übertragenen Rezepte aufgelistet Wie viele Rechnungen an Kassen angelegt werden Wie viele Eigenanteilsrechnungen Die Summen der Überträge in Eigenanteile und Kassenanteile Die Anzahl der Rezepte Und vor allem hier, ob die 302 Daten konform sind Sollte hier ein Rezept erscheinen, das nicht 302 bereit ist Empfehlen wir, das Rezept vor dem Übertrag zu korrigieren Es ist zwar möglich, die Daten in der Rechnung noch zu korrigieren Aber es ist einfacher, dies vorher zu tun Das eigentliche Erstellen der Sammelabrechnung ist, wie vorher schon erwähnt, eigentlich nur ein Knopfdruck Übertrag Alle übertragenen Rezepte bekommen einen Erledigt-Haken und werden auf Grau gesetzt Nicht übertragene Rezepte, warum auch immer, kann man nun nachbearbeiten und eventuell nachträglich mit der gleichen Funktion Übertrag Rechnung, in diesem Fall Einzel, in die vorhandene Abrechnung anhängen Und sind dann auch erledigt, auf Grau gesetzt und haben die entsprechende Rechnungsnummer verlinkt Die Vorgehensweise zum Abrechnen genehmigungspflichtiger Rezepte über Kostenvoranschläge ist grundsätzlich die gleiche wie bei der Rezeptabrechnung Offiziell müssen auch hier einmal pro Monat alle abrechenbaren Kostenvoranschläge pro Kasse in sogenannte Sammelabrechnungen eingereicht werden Nach individueller Absprache mit der jeweiligen Kasse können auch kürzere Abstände bis hin zu Einzelabrechnungen abgegeben werden Zur Abrechnung selbst rufen Sie auch hier den KV-Auftragsordner auf Eine kleine Abweichung im Ablauf zwischen Rezeptabrechnung und KV-Abrechnung entsteht dadurch, dass KVs einen Zeitversatz zwischen Erfassung, Genehmigung und Lieferung haben Daher können Kostenvoranschläge nicht wie die Rezepte automatisch auf bereit für Rechnung gesetzt und abgerechnet werden Sondern dies muss manuell für jeden Einzelnen erfolgen, sobald er geliefert wurde Das heißt, man muss jeden Kostenvoranschlag in dem Moment, wo er abgerechnet werden kann, manuell aufrufen Und entweder sofort einzeln in Rechnung übertragen Oder auf bereit für Rechnung setzen, um später alle auf einmal übertragen zu können Bei einem Einzelübertrag ist es nicht zwingend notwendig, den KV bereit auf Rechnung zu setzen Sondern geht sofort auf Übertrag Rechnung nur aktueller Kostenvoranschlag übertragen Ist noch keine Rechnung in diesem Abrechnungsintervall an diesem Kostenträger vorhanden Dann wird durch Übertrag automatisch eine neue Rechnung angelegt Danach können weitere Kostenvoranschläge an diesen Kostenträger mit offene angehängt werden Sind schon offene, ungedruckte Rechnungen an diesem Kostenträger vorhanden Kann man über diese Funktion die entsprechende Rechnung auswählen und diesen Vorgang hinten anhängen Auch hier können wie schon zuvor beschrieben noch weitere Einstellungen getätigt werden Wie zum Beispiel gleichzeitig noch die Eigenanteilsrechnung erstellen und so weiter Sinnvoll ist es, in diesem Übergabefenster unter Weiteres die zugehörigen Kostenvoranschläge und Lieferscheine nach dem Übertrag als erledigt zu markieren und diese Einstellung auch zu sichern Wenn man nicht jeden KV einzeln übertragen möchte, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt alle zusammen Also auch hier eine Sammelabrechnung durchführen muss man den KV in dem Moment, wo er abgerechnet werden kann, aufrufen und ihn bereit für Rechnung setzen Entweder durch einfaches Anhaken oder über die Funktion Option bereit für Rechnung So hat man wie bei der Rezeptsammelabrechnung die Möglichkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Kostenvoranschläge, die bereit sind, auf einen Schlag zu übertragen Auch hier hat man vor der eigentlichen Abrechnung die Möglichkeit, unter Controlling Statistik Auftrag KV eine Kontrollliste zu erzeugen über einen gewissen Zeitraum alle offenen Kostenvoranschläge, die bereit für Rechnung sind Über diverse Filter und Einstellungen können auf der Liste mehr oder weniger Informationen aufgedruckt werden Die Abrechnung selbst erfolgt wieder über Übertrag Rechnung und der Einstellung Zeitraum Hier wird nun wieder der Zeitraum eingegeben, der abgerechnet werden soll mit allen zusätzlichen Einstellungen, mit oder ohne Eigenanteilsrechnungen oder auch hier offene, ungedruckte Rechnungen verwenden zum Auffüllen, zum Beispiel der Rezeptabrechnung Bei Zeitraum erfolgt hier keine Auswahl der offenen Rechnungen und es wird automatisch nachgeschaut, ob offene Rechnungen an die entsprechenden Kostenträger vorhanden sind Wenn nicht, werden die Rechnungen neu angelegt Die eigentliche Abrechnung ist auch hier der Knopfdruck Übertragen Nach dem Übertrag sind auch hier die entsprechenden KVs grau markiert Erhalten den Erledigtagen und die entsprechende Zuordnung zu der Rechnung an die Kasse und wenn erzeugt auch die Eigenanteilsrechnung Egal ob Sie die Abrechnung aus dem Rezeptordner, den Auftrag KV-Ordner oder sogar aus Lieferscheinen übertragen Das beleglose elektrische Versenden einer Rechnung nach § 302 SGBV erfolgt natürlich ausschließlich über den Ordner Rechnungen Und dort erfolgt es in zwei Stufen über Optionen 302 Bereit, also das Bereitstellen einer Rechnung für die Abrechnung und 302 Abrechnen bzw. das Versenden einer Rechnung Zunächst findet man im Rechnungsordner alle übertragenen Rechnungen also aus KV, Rezepten oder auch aus Lieferscheinen Dies sind sowohl die Eigenanteilsrechnungen zu erkennen an den Patientennamen und deren Anschriften als auch einzelne Abrechnungen an Krankenkassen zu erkennen an der Kassenanschrift und der Betreffzeile eines einzelnen Rehamittels und nur einen Vorgang in der Rechnung oder eben die Sammelabrechnungen an bestimmte Kassen zu erkennen wiederum an der Kassenadresse bzw. Adresse des Abrechenzentrums und dem Begriff Sammelabrechnung der zur besseren Übersicht eventuell auch noch ergänzt werden kann und eben den vielen Vorgängen, also alle übertragenen Rezepte und eventuell angehängte Kostenvoranschläge in einer Rechnung Hat man eine Rechnung herausgesucht, die versendebereit ist kann jeder Mitarbeiter innerhalb des MM-Orthosoft-Netzwerkes eine 302-Rechnung zum Versenden bereitstellen über die Funktion Option 302 bereit Das funktioniert natürlich nur bei Rechnungen, die an Kassen bzw. Abrechnungszentren adressiert sind Suchen wir also eine Rechnung, die an eine Krankenkasse bzw. Rechenzentrum adressiert ist und bereitgestellt werden soll heraus und gehen hier auf die Option 302 bereit Nun wird nochmals und letztendlich geprüft, ob alle Daten zumindest formell den Vorgaben des Paragrafen 302 entsprechen Wenn nicht kommt eine Fehlermeldung, anhand dessen man in der Rechnung noch Korrekturen vornehmen kann Es wird aufgezeigt, welcher Vorgang und welcher Fehler aufgetreten ist In diesem Fall fehlt bei Fall 17, Vorgang 2606, der LGS bzw. ist ungültig und bei Fall 1, Vorgang 2596 ist das Leistungserbringungsdatum nicht angegeben Mit dieser Information geht man nun in die Positionen Ruf genau diesen Fall 1, 2596 auf und kann hier im Vorgang über Ändern das Leistungserbringerdatum nachtragen Danach geht man auf den nächsten Vorgang, das war Zeile 17, Fall 2606 Auch hier zu erkennen durch das Ausrufezeichen vor der Position, welche fehlerhaft ist bzw. beim Ändern durch das rot markierte 302-Symbol Korrigiert man nun die Eingabe des Leistungserbringergruppenschlüssels wird das 302-Symbol grün und nach dem Abspeichern verschwindet auch das Ausrufezeichen vor der eigentlichen Position Wir empfehlen natürlich solche Fehlerquellen vor der Erstellung der Abrechnung zu beseitigen Nun kann diese Rechnung erneut bereitgestellt werden auf der Hauptseite der Rechnung wiederum über Option 302 bereit Sind in einer Sammelabrechnung mehrere IK-Nummern gemischt bzw. mehrere Filialen wird gefragt, welche Filiale, also welche IK-Nummer für diese Abrechnung angegeben werden soll Haben Sie nur eine IK-Nummer, wird natürlich diese Abfrage entfallen Sind alle 302-Daten formell in dieser Rechnung korrekt, kommt die Meldung Daten ausgeben zum Anschauen bzw. weiter Wobei Ausgeben die Möglichkeit bietet, sich diese Rechnung im unverschlüsselten 302-Format einmal anzuschauen Was rein informativen Zwecken dient, aber eigentlich nicht notwendig ist Normalerweise wählt man an dieser Stelle direkt weiter und damit wird die Rechnung als § 302 bereit gekennzeichnet und diese Rechnung ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr veränderbar Sollte aus irgendwelchen Gründen, z.B. weil noch ein Rezept als Nachzügler mitgesendet werden muss dennoch was an der Rechnung verändert werden müssen kann man durch erneutes Bereitstellen den Status Bereit für Rechnung wieder zurücksetzen und Veränderungen an dieser Rechnung vornehmen und durch Wiederholen der Prozedur, also Option wiederum bereitstellen wird die Rechnung wieder bereitgestellt Wie schon am Anfang erwähnt, kann das Bereitstellen von einzelnen Rechnungen für das Versenden von jedem Arbeitsplatz im MM Autosoft Netzwerk aus vorgenommen werden Das Versenden selbst, wie im nächsten Punkt besprochen, geht nur an der Arbeitsstation an dem auch die Dakota Verschlüsselungssoftware installiert ist Während das Bereitstellen von Rechnungen von jedem Mitarbeiter an jedem MM Autosoft Arbeitsplatz vorgenommen werden kann ist das letztendliche Versenden der 302 Daten nur an dem Arbeitsplatz möglich an dem die Verschlüsselungssoftware Dakota mit einem gültigen Schlüssel installiert ist Gehen Sie also zum Versenden an einen Platz mit der installierten Dakota Software Nachdem alle abzurechnenden Rechnungen für die Abrechnung nach § 302 geprüft und bereitgestellt wurden ist das Versenden der Daten im Prinzip nur noch ein Knopfdruck Auch dies geschieht im Ordner Belege Rechnungen über die Funktion Option 302 Abrechnung Hier werden alle bereitgestellten und noch nicht versendeten Rechnungen mit jeweils dem Gesamtbetrag der Rechnungsnummer und dem eventuellen Status, also noch nicht versendet bzw. Fehler beim Versenden oder zurückgesetzt angezeigt Auch der Versendetyp, also ob es eine § 300 oder 302 Rechnung ist, wird angezeigt wobei wir uns nur mit § 302 Abrechnungen beschäftigen Durch Auswahl mit der Leertaste oder durch Anklicken mit der Maus können Sie markieren, welche Rechnungen nun übertragen werden sollen Mit der Funktion Übertragen werden nun die ausgewählten Abrechnungen verschickt Für die Selbstabrechnung mit den Kassen wird immer der Punkt Versenden über Dakota LE benutzt Im folgenden Fenster kann nochmal der Versendeindikator überprüft werden Wie am Anfang erwähnt, muss man dreimal im Testverfahren übertragen Sprich, die Datei, die versendet wird, bekommt den Namen TESOL plus eine Nummer Danach kann man unaufgefordert in das ECHT-Verfahren wechseln Die Datei bekommt den Namen ESOL plus eine Nummer Ein Versand mit dem Testindikator Erprobungsdatei wird nur nach Aufforderung durch die Kasse bei eventuell aufgetretenen Kommunikationsproblemen benutzt Zur Kontrolle werden hier nochmal die im Kassenstamm hinterlegte Physikalische und Nutzer-IK und die grünen Vorschläge zum Vergleich angezeigt Bei Abweichung schauen Sie bitte nochmal zurück zum Kapitel Krankenkassen-IK-Nummern Das heißt, die Nummern sollten an dieser Stelle auf alle Fälle übereinstimmen Die Adresse für die Urbelegsrechnung wird aus der Rechnungsadresse genommen und muss hier nicht mehr separat aufgeführt werden Mit OK werden die Daten nun nach § 302 aufbereitet, verschlüsselt und gleich auf Einschlag versendet Danach werden Sie aufgefordert, das Protokoll für den Versand der Urbelege zu drucken Der Begleitzettel für die Urbelege enthält die Versandanschrift für die Rezepte, wer Rechnungssteller und Kostenträger ist, die Rechnungsnummer, Datum und Anzahl der Verordnungen Drungen Sie diesen Begleitzettel aus, unterschreiben ihn und kuvertieren ihn zusammen mit den aufgeführten Rezepten ein Wenn nötig legen Sie noch die ausgedruckte Rechnung bei und versenden alles zusammen per Post Und das war's Jede versendete Rechnung verschwindet automatisch aus dem Zuversenden Ordner Bekommt vorne auf der ersten Seite den Status 302 versendet Und auf dem Reiter Nummer 5 werden die Abrechnungsinfos hinterlegt wie Kostenträger, Archivnummer, Dateiname, Erstellungsdatum und Uhrzeit und die Versandart und Datum Zusätzlich werden alle bis dato versendeten elektronischen Abrechnungen unter Option 302 Historie festgehalten Dazu mehr im nächsten Kapitel Alle jemals elektronisch versendeten Abrechnungen werden in der 302 Historie festgehalten Auch diese Rubrik befindet sich im Rechnungsordner unter Belege Rechnungen Und dort über Optionen 302 Historie An dieser Stelle findet man die komplette Dokumentation zu jedem Datenversand Wie den Status, die Archivnummer, an welche Adresse und Nutzer-IK die Abrechnung ging Wann, wie, versendet wurde, wer versendet hat und mit welcher MMORTHOSOFT Version Die 302 Historie kann man natürlich auch durchsuchen Zum Beispiel nach einer bestimmten Rechnungsnummer Wenn Probleme beim Versand einer 302 Datei aufgetreten sind Ist es manchmal notwendig, dass eine 302 Abrechnungsdatei aus der Historie heraus nochmal versendet werden muss Dies geschieht über Datei neu erstellen und versenden Und auch hier wieder über den Punkt Dakota Und hat dann die Möglichkeit, die Daten als Korrekturlieferung zu senden Zum Beispiel bei fehlerhaften Datenübertrag oder wenn Daten gar nicht angekommen sind Oder als neue Abrechnung mit einer neuen Vorgangsnummer Dies geschieht eigentlich nur, wenn die Kasse einen dazu auffordert Der eigentliche Versendevorgang ist dann genau wie beim Kapitel Versenden der Daten beschrieben Die Historie als solche kann man natürlich auch als Liste ausdrucken Auch hat man hier die Möglichkeit, die Auftragsdatei nochmal zu erstellen Dies ist ein Ausdruck, der die Daten der einzelnen Abrechnungen zeigt Im unverschlüsselten 302 Format und dient eigentlich hauptsächlich der Fehlersuche Des Weiteren hat man noch die Möglichkeit, ein Protokoll der Urbelege auszudrucken Um nachträglich nachzuvollziehen, welche Rezepte bzw. Kostenvoranschläge mit welcher Abrechnung mitgeschickt wurden Unter Option Daten rücksetzen Hat man die Möglichkeit, eine Abrechnung wieder auf zu versenden Also sozusagen einen Schritt zurückzusetzen Danach steht die Rechnung wieder im Ordner 302 versenden bereit Und wird beim nächsten allgemeinen Versand erneut wie ein neuer Vorgang berücksichtigt Zurückgesetzte Rechnungen erhalten die Kennung zurückgesetzt Und bekommen beim nächsten Versenden eine neue Vorgangsnummer und einen neuen Dateinamen Alle anderen Funktionen unter Option sind für den normalen Tagesablauf nicht relevant Die versendeten 302 Daten durchlaufen bei den jeweiligen Empfängern drei Prüfstufen Die Stufe 1 ist eine formelle Prüfung der Daten Also ob alle relevanten Daten vorhanden sind Wie Geburtsdatum, Leistungserbringer, Grummschlüssel, EK-Nummern usw. Die zweite ist die Plausibilitätsprüfung Also passt das Geburtsdatum auch zum Patienten Ist die EK-Nummer zu der Kasse passend Oder der Leistungserbringer Gruppenschlüssel zum Vertrag Die dritte Stufe ist eine Prüfung durch die Fachschaft Also einen Menschen Das kommt allerdings meist nur noch bei ganz komplexen Kalkulationen vor Wie wir in den Anfangskapiteln gelernt haben Versucht MMORTHOSOFT schon bei der Eingabe für die 302 Abrechnung Durch Meldungen auf eventuell fehlende Daten hinzuweisen So dass dies dann umgehend behoben werden kann Daher kann man sagen, dass alle 302 Abrechnungen Welche über MMORTHOSOFT versendet werden Zumindest formell korrekt sind Und die Prüfstufe 1 bei den Kassen Auf jeden Fall fehlerfrei durchlaufen In der Regel erhalten Sie von den Rechnungsempfängern Oder dem Rechenzentrum Eine Bestätigungs-Mail über den korrekten Eingang der Daten Das bedeutet, es können eigentlich nur noch technische Probleme Oder inhaltliche Datenfehler zu einer Abweisung der eingereichten Rechnungen führen Technische Probleme, sofern Sie sprechende Meldungen enthalten Wie zum Beispiel Prüfen Sie Ihre Internetverbindung Haben natürlich nichts direkt mit der 302 Abrechnung zu tun Und sollten auch gleich von Ihrem Hardwarepartner überprüft werden Bei Rückmeldungen von den Rechenzentren werden oft noch altmodische Fehlercodes benutzt Hier bemühen wir uns, alle aktuellen Fehlercodes in unserer F&A Datenbank zu hinterlegen Sollten Sie also eine Coderückmeldung erhalten Geben Sie diese in der F&A Datenbank Am besten als kombinierte Suche mit 302 Code 4 oder ähnliches ein Und schauen Sie, ob eine der Meldungen auf Ihr Problem zutrifft Erhalten Sie eine Abweisungs-Mail zu Ihren Daten und eine Beschreibung, so ähnlich wie diese Sind die im ersten Moment auch oft sehr technisch und verwirrend aufgebaut Liest man die Mail aber genau durch Und versucht sie zu verstehen Erkennt man schon, wo eigentlich das Problem liegt In diesem Fall weist es auf eine falsche IK-Nummer in diesen Klammern hin Die hier in dem Fall mit 72 anfängt Was normalerweise nicht sein kann IK-Nummern fangen in der Regel mit 10 oder 66 an Hat man das Problem einmal erkannt, kann man es auch korrigieren Die meisten Fehler bei der 302 Abrechnung entstehen durch falsche oder falsch zugeordnete IK-Nummern Deswegen haben wir auch hier in unserer F&A Datenbank einige Meldungen und Fehler zusammengefasst Wo man nachschauen kann und diese eben korrigieren Hat man das Problem der Abweisung erkannt und den Fehler gefunden Kann man einen abgerechneten Vorgang, egal ob jetzt ein Kostenvorschlag oder ein Rezept Der schon in eine Rechnung übertragen wurde Eben aus dieser Abrechnung wieder entfernen Über Option Rezept aus Rechnung entfernen Damit wird die Verbindung zwischen dem Rezept und der zuvor erstellten Abrechnung aufgehoben Das Rezept wird wieder auf den Status unbearbeitet zurückgesetzt Die zuvor verknüpfte Rechnung herausgenommen Der erledigt Status zurückgesetzt Nun kann eventuell die IK-Nummer der Kasse geändert werden Die Patientendaten vervollständigt Die Positionsdaten, Leistungserbringer, Gruppenschlüssel, Hilfsmittelnummern ergänzt und 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 danach wieder per Übertrag in die Abrechnung des nächsten Monats Oder wenn die aktuelle noch verwendet werden kann In die vorhandene Rechnung, offene Rechnung dieses Monats wieder übertragen werden Das gleiche gilt für Absetzungen bei Kostenvoranschlägen Auch diese können, wenn sie schon abgerechnet sind In einer Rechnung über Option Kostenvoranschlag aus Rechnung entfernen Aus dieser Rechnung entfernt werden Korrigiert werden und erneut mit der gleichen oder nächsten Abrechnung übertragen werden Aus einer Rechnung Vielen Dank.